Ladies and Gentlemen, grössig, 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 grössig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video und heute, Leute, sind wir wieder, Paul Berger und ihr habt es letztes Mal mitbekommen. Wir sind auf einer neuen Schule, Freunde, und diese Schule ist eine ganz besondere Schule, nämlich eine weiterführende Schule. Dort sind alle älter als wir, Freunde, und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mich letztes Mal richtig gemobbt, aber als ich meine Waffen ausgepackt habe, konnte ich die ein bisschen zum Schweigen bringen. Und ich so pam, 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 und plötzlich waren die alle leise, Freunde. Deswegen gehen wir heute erneut zur Schule, Freunde, und ich hoffe, wir haben unseren Respekt bekommen. Ich weiß nicht, was heute in diesem Schultag auf uns zukommen wird, also lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn es euch gefällt, dass Paul Berger wieder zur Schule geht. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und ja, ich muss mal Max fragen, ob er mich heute zur Schule fährt, weil letztes Mal mit dem Bus war voll nicht cool. Ich will ein bisschen auch flexen, dass ich hinkomme mit Lambo Mambo. Ey Max, was geht ab, Alter? Was geht ab, kleiner Bruder? Aber ich muss zur Schule jetzt gleich, und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht fahren kannst, weil ich finde da so ein Mädchen voll süß, und wenn ich mit Lambo komme, dann denkt die sich so, wow. Also, so für einen Flex. Ich habe eigentlich Besseres zu tun, aber ich gönne dir doch, komm, komm. Ja, für einen Flex, weil danach will die mich direkt. Ich gönne dir den Flex. Ey, voll süß von dir, aber ehrlich. Wenn du dich im Lambo anfahren, dann will die direkt kommen. Ja, genau. Eigentlich gibt es gar kein Mädchen, Leute, aber ich weiß, dass Max, mein großer Bruder, eh bei Frauen schwach wird, und wenn ich Frauen will, dann hilfst du dir. Das hilft mir auch. Deswegen, Leute, haben wir auf jeden Fall eine kleine Joker-Karte. Wir fahren jetzt nämlich zur Schule, und ich bin ehrlich gespannt, wie der Schultag heute ablaufen wird, Freunde. Ich weiß nicht, was passieren wird, ob die jetzt Respekt vor mir haben, ob die weiter Probleme machen, ob wir Stress haben, und wir haben auch noch eine Diskussion mit dem Lehrer, Leute. Denn der war auch ganz komisch zu uns, aber jetzt erst mal geht's ab zur Schule. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen bei der Schule, ähm, ja. Oh, scheiße, ich glaub, die ist gar nicht da, die Chick. Ja, wie? Bin ich ja sinnlos mit dem Lambo hergefahren. Ey, die stehen eigentlich immer hier. Ich sag dir wirklich, Mann, aber egal, die Schlimmacks. Ey, nächstes Mal, dann danke trotzdem. Vielleicht hat sie es aus dem Fenster gesehen oder so. Ciao, ciao. Mach keinen Scheiß, tschüss. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Schule, da ist der Schuleingang. Ich bin echt gespannt, wie heute der Schultag sein wird, Leute. Ich hoffe, die haben jetzt Respekt vor mir. Aber was ist das denn für ein Typ denn hier? So, einmal bitte stehen bleiben, da. Ja, ich... So, dass irgendwelche spitz- und gefährliche Gegenscheine bei dir wird, mich verletzen werden, wenn ich dich durchsuche. Oh, nein, hab ich nicht. Leute, ich hab komplette Waffenpaket. Kein Problem, so, ich guck mal ganz kurz, da. Ja, guck ruhig, da. Was ist das hier? Kein Lastikhof. Was ist das hier? Das ist ein Scar. Was ist das hier? Das ist eine Pharma. Was ist das hier? Das ist ein Snape-Word. Was ist das hier? Das ist ein Schocker. Das ist eine Granatenwaffe. Was ist das hier? Das ist eine Granate. Alles weg, man darf damit nicht in die Schule rein. Was? Leute, meine ganzen Waffen sind weg. Hey, gib mir meine Waffe. Hey, mach mal. Gib mir meine Waffe. Mach langsam, da war ich. Gib mir meine Waffe, ich brauche das nicht. Mob mich, sonst bitte gib mir meine Waffen zurück. Nächster, nein, du kommst nicht mit Waffen in die Schule rein, da. Hey, seit wann steht hier ein Security von der Schule? Was ist das Schule? Ich mach jetzt Pause. Geh mir nicht auf den Nerven, kleiner Pink. Hey, Leute, da stand gerade ein Security-Mann und der hat alle meine Waffen weggenommen. Und jetzt habe ich... Ich bin einfach unbewaffnet, Freunde. Und ich habe wirklich, wirklich Angst. Ich tue einfach so, wenn die kommen, dass ich eine Waffe habe. Oh mein Gott. Schokolade? Ich will Schokolade. Schokolade! Ey, Leute, war das gerade ein Lehrer? Da... Hier sind echt komische Gestalten. Ich glaube, der Lehrer dreht komplett durch. Wir gehen jetzt mal kurz ins... Ja, Paulberger. Ja, du schon wieder hast du letztes Mal mitbekommen, was ich mit dir gemacht habe, ne? Komm mal raus, komm mal raus, du kleine Pimpf. Nein, Leute, ich muss mich ein bisschen an Sicherheit begeben. Ich bleibe lieber im Klassenzimmer drin, Leute. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Ey, Lehrer, Paulberger hat dich beleidigt. Was? Paulberger rauskommt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß wirklich, ich habe nichts gesagt. Ey, Lehrer, ich würde gerne mit Paulberger das ausdiskutieren, dass wir uns entschuldigen können, wie Erwachsene. Herr Lehrer, der will mich hauen oder so, bitte bitte nicht. Kann ich eine Klassenzimmer mit dem Reden darüber? Ja, ja, klar. Paulberger, hör auf, Jeffrey zu ärgern. Haben wir uns verstanden? Ich ärgere nicht, bitte komm Sie mit, bitte komm Sie mit. Entschuldige dich jetzt bei Jeffrey. Entschuldigung, Jeffrey. Komm, Ryan, wir reden wie Erwachsene Männer. Herr Lehrer, bitte komm Sie mit, bitte komm Sie mit. Jimmy, Jimmy, komm mit, komm mit. Jeffrey, du musst Paulberger fixieren. Nein, Leute. Er weiß nur nicht besser. Ja, Jeffrey, verzeih mir bitte, Alter. Ja, also Paulberger, was ich jedenfalls gar nicht haben will, ist... So, du kleiner... Ah, ich habe eine Waffe dabei, ich knall dich gleich ab. Hast du Schokolade für mich? Ich knall dich gleich ab. Der hat eine Schokolade geklaut. Der hat eine Schokolade geklaut. Ich knall dich gleich ab. Er hat meine Schokolade geklaut. Nein, 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 Hilfe. Paulberger. Die hat mich jetzt zusammenschlagen. Ey, die fangen Sie mit uns bei uns an. Ich habe gesehen, ich habe Jeffrey, sei leise, ich habe verstanden. Paulberger. Ich habe gesehen, wie du Jeffrey geschlagen hast. Lass sie zu, Leute, sofort. Ich habe niemanden geschlagen, die ist auf mich losgegangen. Es tut mir so leid, dass wir solche dummen Schüler haben. Ey, Leute, was passiert denn hier? Ich bin wieder in der Schule und ist... Ah, ah, ah. Leute, ich habe nur kurz zu... Ah, nein. Ah, 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 ah. Kriege ich dann meine Schokolade? Ah, ah, ah. Leute, die hauen auf mich ein, Leute. Ei, Paulberger liegt am Boden. Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Nein, was passiert hier? Ich glaube, ihm geht es gar nicht mehr gut. Paulberger. Paulberger. Ich weiß, dass die Security jetzt alle Waffen wegholt. Deswegen überhaupt keine mehr. Und Paulberger, wir curve heute auf. Aber vielleicht, ich schlag dich nochmal irgendwann. Wenn du auf die Matte gehst. Wenn du deinen Sprint gehst. Und das für den Rest deines Lebens in der Schule. Jeden Tag. Alter, die tun mich gerade fotografieren. Mach Foto. Tschüss. Mach Foto. Tschüss. Ey, Leute, mir geht es gar nicht gut. Ich kann nicht so... Komm, wir gehen. Wart ihr nicht schon wieder los? Paulberger. Paulberger hat hier rumgetan. Der ist gesprungen, hat sich wehgetan. Krankenwagen. Paulberger, es liegt zu Hause geschlafen. Ich bin nicht hier. Krankenwagen. Krankenwagen? Was für Krankenwagen? Bist du ein Schmalsspur oder was? Leute, ich kann nicht mehr aufstehen. Fuck selbst. Fuck selbst. Du bist ein Krankenwagen. Leute, ich kann nicht so machen. Paulberger ist einfach am... Er ist am Boden, Leute. Die haben ihn so zusammengetreten, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Und ich brauche Hilfe. Ich... Ich... Ja, gut. Krankenwagen. Der Junge nervig, Alter. Ja, komm, wir haben einen Krankenwagen. Leute, was passiert hier gerade? Ich bin gerade... Guten Tag. Wir haben ja jemanden, der etwas stimuliert. Kommen Sie bitte vorbei. Danke. Alter, was ist das denn, Leute? Wir sind in der Schule. Die Security ist plötzlich am Start. Er trägt uns. Oh, oh. Leute, diese... Diese Lehrer macht einfach gar nichts. Er hat gesehen, wie ich zusammengeschlagen worden bin. Ich bin... Ich bin krankenhausreif, Leute. Und er macht nichts. Er gibt mir nachsitzen. So, hier kannst du warten auf die Krankenwagen. Er hat mich einfach rausgeworfen jetzt. Oh, ah! Scheiß Kinder, ey. Alter, da hat nicht wirklich gerade noch Paulberger nachgetreten. Oh, helf mir. Oh, nein. Bist du der Verletzte hier, oder was? Helf mir. Lass mich meine nicht hochtragen, hier. Komm, wir fahren zum Krankenhaus. Was ist denn passiert, Kleiner? Alter, der hat mich geschnackt. Ey, kümmern Sie sich nicht zu viel um den. Der simuliert nur. Ich bin ein Opfer. Ja, ist okay. Okay, verstehe. Das haben wir sehr oft. Dass die kleinen Kinder das immer so am Tor täuschen. Nein, ich simuliere nichts. Die haben mich geschlagen. Alle in der Schule. Die großen Schüler. Ja, weil die mich mobben. Ich bin der kleinste. Hast du mal mit einem Lehrer drüber geredet? Ja, der gerade da war. Der hat mich dann auch geschlagen. Was? Ja. Was hast du denn irgendwie Eltern nicht anrufen können? Mein größer Bruder. Mir wird ganz schwindelig. Oh, liebe Schwarzfogen. Halt durch. Haltet durch. Oh. Oh. Ihr. Oh. Für die Memo. Ja, für die Memo. Ja, für die Memo. Was passiert jetzt hier, Leute? Wir sind im Krankenhaus aufgewacht. Was habe ich? Ich habe irgendeinen Bruch, Leute. Nein. Nein. Lassen Sie mich zu meinem Bruder. Ich höre Max. Ich höre Max. Ich höre Max. Ich höre Max. Lassen Sie mich rein. Paul Berger. Paul Berger, wo bist du? Max. Hallo. Max. Max. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, Paul Berger, was ist mit ihm? Was fehlt ihm? Was fehlt ihm? Also, wir haben einen Drive-Fucker-Brook im Right-Angle. Ja. Einen Fuß-Angle. Alter, wie gruselig das hier aussieht. Eine Operation durchführen. Aber es ist keine große Operation. Ich muss operiert werden. Knochen nicht gesplittert. Alles okay. Er kann wieder laufen. Scheiße. Okay, Doktor. Gehen Sie mal kurz raus. Ich muss... Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Paul Berger, wer hat dir das angetan? Max, das war... Wer hat dir das angetan, Paul Berger? Nein, der Ausbau der Schule, der Große. Der Jeffrey. Oh. Nein, da war noch irgendeiner, der hat an der Kaffemaschine nach Schokolade in Sachen gewollt. Keine Ahnung, wer ist das wichtig? Und noch ein Lehrer sogar. Sogar ein Lehrer. Sogar ein Lehrer. Oh mein Gott, wir werden die fertig machen, Paul Berger. Schatz mal aus. Max, wir sind voll schwindelig. Oh nein, ich mag es. Scheiße, man. Halt mich, Paul. Wirklich, Alter, mir geht es nicht gut. Warte mal, ich muss kurz Touren anrufen. Lauf Touren anrufen. Wir werden die ganze Schule fertig machen. Ja. Hallo Touren. Oh, Leute. Hallo, Max, warte, warte. Warte, 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 warte. Zu Dekum, Dekum. Ja, was ist los? Hey, Touren, kleiner Notfall, Alter. Ich bin hier gerade im Krankenhaus. Ey, Leute, ich hoffe, die werden mir jetzt helfen gleich, ey. Ja, ey, pass auf. Der wurde in der Schule verprügelt, sogar von Lehrern, von Schülern. Die haben den so verprügelt, dass er einen Krankenhaus hat. Nein, 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 nein. Oha, Leute, guck mal, wir machen die ganze Schule fertig, Alter. Was soll das? Touren, ich komme nicht abholen. Ich fuck mir die ganze Schule ab. Nein, 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 stopp, Max. Ich bin auf anderen Inseln, wir haben Kicker zu fühlen. Da oben ist ein Sniper, kill den. Alter, nein, Touren ist nicht da gerade. Aber, Scheiße, Max, was habe ich dir einmal gezeigt? Oh mein Gott, Leute, den Raum aufmachen. Was für ein Raum, was für ein Raum, Leute. Mach die Schule fertig, ey, niemand legt es mit uns an. Oh. Mach in alle Schule, wenn ich wiederkomme, ich mache das Gebäude kaputt. Alter, was? Okay, du, haben Glück beim Krieg, wir hören uns, tschüss. Oh, Max. Ist mir egal, Touren ist nicht da, wir werden das alleine regeln. Max, was ich in Superland? Ja, du musst leider operiert werden. Oh nein. Entschuldigung, ich will es nicht länger schauen, wir müssen langsam operieren. Ja, ja, ist okay, ist okay. Paulberger, du schaffst das, ich warte draußen. Oh mein Gott, da kommt er, da kommt er. Ja. Oh mein Kleiner, ja, jetzt will ich mir eine kleine Spitze in den Fuß hier zu geben. Nein, nein, oh, das ist... So, gut dann, ne, gut dann. Zwei Stunden später. Oh, 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 Max? Paulberger, wie geht's dir? Oh, eigentlich ganz so schwer, aber ich bin voll müde. Oh, ich versuch mal aufzustehen. Oh, oh, ah, 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 oh. Ach du scheiße, du humpelst ja, du bist wie ein alter Mann. Alter, mein Fuß tut voll weh. Ai, 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 ai. Leute, ich kann nicht mehr nur mal laufen, alter. Der Paulberger humpelt komplett. Aua, 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 aua. Ei, 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 aua. Ich bin gestolpert. Oh mein Gott, du willst dich tragen, du willst dich tragen. Warte, ich muss es alleine schaffen. Ey, wie viel Zeit ist vergangen gerade, Max? Ach, nicht so lang, drei Stunden oder so. Ey, ich hab heute Nachmittag Schule, wir können den abfangen. Ich werde mich rechnen. Willst du dich nicht erst mal ausruhen? Ich will mich nicht ausruhen, Max. Guck mal, was ich mit dem machen will. Wenn ich mit dem was anfange, dann fange ich mal richtig an, okay? Okay, gut, wie du willst, deiner Bruder. Ich erinnere mich, du hast etwas von deinem Raum gesagt, wo wir Waffen holen. Der Security von der Schule hat mir alle meine Waffen geklaut. Pass auf, wir fahren jetzt erst mal zu Touren, werden uns mit Waffen ausrüsten und dann werden wir uns diese Hunde packen, alter. Ja, Jeffrey. Ich hab mich ein bisschen erkundigt, als du hier gerade ausgenockt warst. Das fette Stück Scheiße, alter. Oha, Leute, mein großer Bruder ist richtig sauer auf diesen Jeffrey, Leute. Okay, Max, los geht's, fahr dann. Nein, niemand, mein kleinen Bruder schlägt damit nicht das, niemand anders. Ey, bist du verrückt, man? Ja, du weißt doch, wie das ist unter Brüdern. Okay, Leute, ab geht's zum Touren. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Tourens Tempel und irgendwie am Telefon meinte Touren, wir sollen in seinen geheimen Raum reingehen und uns Waffen holen, Freunde. Ich weiß nicht, was für ein geheimer Raum das ist, aber ich bin echt gespannt. Max, warte, ich kann nicht so schnell. Ja, warte, ich kann den Tempel mit Sprachsteuerung öffnen. Warte, du musst hier einfach nur klingeln. So. Aha. Hä, was für Sprachsteuerung? Super. Warte, er öffnet sich jetzt so eine Sprachsteuerung. Sagen, das ist Geheimwort. Geheimwort ist Entensauce. Entensauce? Oh, willkommen. Oh mein Gott, Leute, Touren hat einfach ein elektrisches Alarmsignalsystem. Ich weiß nicht, was das ist. Max, schneller, schneller, aber nicht zu schnell. Ich habe Schmerzen. Ei, 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 aua. Mein Fuß tut voll weh. Ey, Leute, guck mal, wie der Arme rumleucht, Mann. Ey, der hat mir meinen Fuß kaputt gemacht, Leute. Dafür werde ich sein Gesicht kaputt machen. Ich sage euch, wie es ist, Alter. Oh mein Gott, was ist das? Hier ist Tourens geheimnis Waffenlager. Hier stellt er seine Minigerns her, seine Minigern-Munition. Oh mein Gott, er kann auch Laserwaffen, Mann. Wow, voll krass. Ja, aber die lassen wir lieber. Das ist das, was wir lieber nicht haben. Alter, ey, ich nutze mich jetzt aus. Ich nehme jetzt alle Waffen mit. Ich habe hier alles an Waffen mit. Okay, Leute, wir nehmen alles mit. Ich habe, guck mal, wie der Loadout. Oh mein Gott, ey, die Touren Minigern. Alter, wie geil ist das denn? Okay, Max. Lassen wir uns wieder rausgehen hier. Okay, Max. Los, 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 los. Okay, Max, pass auf. Das vorne ist in Security, ja. Da steht er. Wir müssen den ane... Oh. So ein Stück Scheiße, Alter. Was ist denn hier los? Ai, 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 ai. Ein Team. Die Schule hat geklingelt. Hallo. Aus dem Weg. Keiner, eins. So, wo ist dieser Jeffrey? Und wie heißt der Lehrer, der sich noch gemobbt hat? Komm mal, wo ist der Lehrer? So, voll raus, komm mal. Wir schauen uns erst mal den Jeffrey. Wo ist Jeffrey? Wo ist Jeffrey? Sag das uns. So, pass auf. Warte mal. Paul Berger, stell dich mal hier auf die Bühne. Wir werden das so folgendermaßen machen. An alle Schüler verlassen sofort das Schuhkreude. Ihr ganzes kleines Stück Scheiße. Niemand lässt das wieder. Wo ist Jeffrey? Wo ist Jeffrey? Warte, warte. Sei leise. Sei leise, Paul Berger. Ich weiß, wie wir das machen. So, ich werde jetzt hier jede Sekunde einen abknallen, wenn mir jetzt niemand hier sagt, wo Jeffrey ist. Alter. Wo ist Jeffrey? Oha. Oha. Der hat ihn abgeknallt einfach. Wo ist Jeffrey? Jeffrey? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Wo ist Jeffrey? Wo ist Jeffrey? Sag dir das jetzt. Oh, nee. Wer ist an, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo Jeffrey ist. Wo? Warte. Wer hat das gerade gesagt? Der Jeffrey, der hier. Wo? Du, du. Wo ist Jeffrey? Jeffrey ist gerade eben. Ich habe eben rausgelaufen. Der ist draußen. Komm, schnell, Lauf, 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 Lauf. Der soll draußen sein. Da ist er, da ist er. Das ist er doch in dem Lieder. Ey, der schießt auf uns. Ey, der schießt auf uns. Komm hinterher, komm hinterher. Okay, okay, okay. Los, 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 los. Ein Stück Scheiße, Alter. Max, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ich werde einen Haftbaum an ihn dran werfen, damit wir ihn verfolgen können. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay. Lass ihn abhauen. Er soll denken, dass er uns abgehängt hat. Oh, okay, okay, warte. Oh, Max, 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 da fährt er immer noch. Der fährt zu sein, was mit diesen Gangs zu tun. Ja, das passt zu seiner Unterform. Ey, wir knallt die alle ab, Mann. Ich sag dir nicht. Hey, das ist ein Onkel. Ey, wir knallt die alle ab, Mann. Ich will sie los, haben mich geschlagen. Ach du Scheiße, guck mal, was der seinen Onkel erzählt. Er wird geschlagen, obwohl er der Mobber ist, Alter. Ja, das ist ein YouTuber. Ich kann mich, 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 ich kann mich. Ich kann mich, 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 ich kann mich. Ich hab dir da vorab geknallt, Max. Oh, du, ihr kleinen Hunde, Alter, komm, wir alle, alle, alle abknallen, los. Oh, pass auf, hinter uns, hinter uns, hinter uns, Max. Ihr habt euch nichts falsch angelegt, Alter. Ey, der andere ist zu uns stehenbleiben, Mann. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt, uns gehört sie sich statt. Okay, Leute, ein bisschen andere Waffe nehmt, zack, Alter. Zack, zack. So, vielleicht ist euch, kommt euch diese Waffe hier schon bekannt vor. Oh, ja, fang die bin ich gerade aus. So, kurz, oh, oh. Oh, okay, wo ist der Tipp, wo ist der Tipp? Ich muss wegkommen, ich muss wegkommen, ich muss wegkommen. Ey, Leute, der ist irgendwo hier drin. Ey, der ist hier auf dem Dach, der ist hier runtergefallen. So, ein Stück Scheiße, bleib stehen. Halt es. So, stehenbleiben, ein Stück Scheiße. So, ey, ey, was sollen wir mit dem machen, was sollen wir mit dem machen? Hey, der sollst du beschlafen für seine Taten, Alter. Komm, wir nehmen den mit, wir entführen ihn, wir entführen ihn, komm, komm, komm. Ich hab da nicht gute Idee, was wir mit dem machen. Komm, komm, komm. Ey, Leute, was soll ich denn? Wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, vier Türer. Ey, ich hab keinen. Achtung, da kommt noch einer. Cousin, Cousin. Nein. Halt die Fresse, sonst hau ich dir einen drüber, Alter. Klau hier das Auto, Paul-Berg, klau hier das Auto. Hab ihn. Der ist für ein Stück Scheiße. Der ist für ein Stück Scheiße. Okay, Leute, wir haben den Typen, der mich geschlagen hat. Schleif ein. Schleif ein, schleif ein. Ich weiß schon genau, was wir mit dem machen. Oh, mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt ist es zu spät, um dich zu entschuldigen. Der hat mich angestiftet. Max, was hast du vor, Max? So, warte, warte. Ich sag dir, fahr da vorne, fahr da vorne zu diesen riesigen Fässern da. Ja. Max, was wirst du mit dem machen? Jetzt hier rechts, jetzt hier rechts. Ja, ich sag's dir gleich, ich sag's dir gleich. Ich hab eine richtig gute Idee. Jetzt hier links, jetzt hier links. Hier links rein. Okay, weißt du, was wir mit dem machen? Du siehst doch, du siehst doch so aus, würdest du gerne Burger essen? Ich werd hier so, du wirst so lange Burger fressen, bis du dran verreckst. Alter, Max, übertreib dich, du drehst voll durch, Alter. Alles gut. Wenn so mein Bruder geht, dann vergess dich. Alter, Leute, ich glaub, Paul Berger ist so verrückt, weil Max ist auch verrückt, Leute, wenn's drauf ankommt. Nein, Max, das geht nicht. Ey, lass dich hier einsteigen, lass dich hier einsteigen. Ey, du, steig ein. Ich mach das. Nein, lass dich einsteigen. Mach ihn in mein Auto rein. Ich hab eine Idee, Max. Steig ein. Was machst du? Ich bin mein Auge, mein Mund. Max. So, ich hab hier Zentralverregelung zugemacht, Max. Wenn ich sag spring, dann springst du, okay? Okay. Okay. Ey, dann findest du mich krank, weil ich den Burger essen lassen will, bis er zu Hause ist. Zwei, drei, spring! Uaaaaaah! Alles gut, Max. Meinst du, wir sollen den da ertrinken lassen? Ey, da ist der Paddel noch ein bisschen. Alles gut, wir haben's geschafft. Und damit, Leute, haben wir den schlimmsten Mobber aus der Schule ausgelöst, Freunde. Ich weiß nicht, ob er schwimmen kann. Mal gucken. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn wir die Schule verbrennen sollen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao! No!